Die Modewelt ist bunt, kreativ, laut und genauso wie ich es mag, immer inspirierend. Und das liebe ich. Ich bin auf jeden Fall auch, oh Gott, meine Kinder würden sagen laut und bunt, viel zu laut und viel zu bunt, aber auf jeden Fall kreativ, ja. Mode fühlt sich für mich richtig gut an, wenn sie zum Typ passt, den Typ unterstreicht, aber auch ein bisschen kreativ ist und ein bisschen überrascht. In diesem Outfit fühle ich mich perfekt und sehr wohl. Ich habe ja immer eigentlich irgendwas Pinknes, immerhin zumindest die pinken Nägel heute und mein Lieblingsdruck ist meist ein Kleid und eigentlich der Bikini, weil ich sehr gerne am Strand bin.